Hier sind noch zwei drauf. Ich glaube, das passt doch so, wie ich das jetzt hier eingestellt habe. Das heißt, das machen wir jetzt noch viermal und dann auf der anderen Seite auch. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Factorio. In der letzten Folge haben wir unten einen Wartebahnhof gebaut, nämlich hier. Der funktioniert aber so leider noch nicht. Da gibt es noch ein paar Probleme und um die müssen wir uns jetzt gerade mal kümmern. Der funktioniert nicht. Da habe ich ganz tollen Schiss gebaut. Deswegen muss ich da jetzt gerade mal hin und den reparieren. Ich denke mal, das nötige Zeug dafür habe ich mit. Danach, wenn wir den Wartebahnhof repariert haben, machen wir uns daran. Ich habe nämlich von zwei Leuten Hinweise gekriegt, dass ich doch mal, wenn ich da Zeit zu finde, am besten so einen Artilleriezug aufbaue, der automatisch alle Außenposten abfährt und alles an aliens wegräumt, was da am Weg ist. Und das finde ich ist eine super Idee. Deswegen machen wir das jetzt auch gleich. Also gleich nach dem Wartebahnhof, weil der muss auch schon mal wieder funktionieren. Im Moment ist es nämlich so, dass die Züge hier relativ viel im Kreis waren, weil der halt so, wie er da ist, noch nie funktioniert. Deswegen brauchen wir jetzt auch schon mal vier Bahnhöfe. Eins, zwei, drei, vier. Die müssen hier am Anfang hin. Die Linien müssen ein Stück weiter gezogen werden. Ich hoffe, dass es geht. Muss ich da mal gucken. Wir haben ja jetzt hier die Abzweigung. Die können wir noch... Also wir könnten bis hierhin gehen, sehe ich jetzt. So. Na, dann funktioniert das immer noch. Wir müssen... Dann sind die Linien nämlich ein Stück länger. Das liegt daran, der Bahnhof muss am Anfang der Linie sein, nicht am Ende. Ansonsten kommen wir hier zu Problemen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen keine Probleme. Genau. Hier hin. Und die letzte Linie auch nochmal so ungefähr. Das sieht gut aus. So. Dann haben wir die Linien. Jetzt können wir das hier erstmal wegräumen. Das ist jetzt ja Unsinn. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt alle hinfahren. Aber auf jeden Fall fahren die Kreisel. Ich kann auch gleich einmal erklären, warum die Kreisel fahren. Und dann kann ich euch ja erzählen, warum und wie ich das jetzt fixe. Und zwar ist... Das Problem ist, die wollen unbedingt hier zu diesem Kupfererz-Watten-Bahnhof. Der ist an. Wenn die hier reinfahren, die fahren hier in die Linie. Während die hier durchfahren, blinkt der die ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Da der dann mal kurz aus ist, die hier aber in der Linie feststecken, wollen die dann zu dem zweiten Bahnhof hier fahren. Siehste? Jetzt will er hier hin. Und kaum fahren die da rein, ist der auch aus. Das heißt, die können den auch nicht nutzen. Und dann fahren sie wieder eine Runde, wollen wieder in den hier oben rein. Dann macht es wieder blink, 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 blink. Und die fahren zurück. Und das ist natürlich absoluter Humbug. Das ist ja sinnlos. Das bringt uns nicht weiter. Deswegen brauchen wir jetzt hier Bahnhöfe, die jetzt hier stehen. Genau an der Kante. So, die sind jetzt genauso wie die da hinten. Und werden auch ähnlich gesteuert. Das machen wir auch gleich. Dafür müssen wir uns hier nämlich mal einen kopieren. Bob. Und fügen den da hinten ein. Dann funktioniert das erst schon mal, dass die nicht mehr im Kreis fahren. Aber dann funktioniert was anderes nicht, was jetzt beim Eisen ist. Das zeige ich euch auch gleich. Ah, hier. Bob. Da seid ihr jetzt alle. Die werden jetzt noch nicht ausgeschaltet. Der wartet jetzt hier, Bob. Und fährt weiter. Und dann fährt er jetzt auch sein Zeug abladen. Und fährt keinen Kreisel mehr. Das ist das Gute dran. So, wir brauchen den hier jetzt nicht mehr. Den auch nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Was wartet er? Hat ja gerade einer kurz gewartet. Inaktivität 0. Genau. Nämlich wichtig, dass die gleich weiter düsen. Hier die Vergleicher müssen auch weg. Alles was dazu gehörte. Und das muss jetzt hier hinten hin. Und das heißt. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Ihr könnt hier auch weg. Obwohl, hätte ich da lassen können. Äh, zurück. Verdammt. Hätte ich da lassen können. Weil ich kann ja hier einfach ein Kabel nach hinten führen. Was das ganze Signal dann nach hinten befördert. Das war jetzt nicht so klug. Macht nichts. So, hier. Wie hatte ich dich eingestellt? Einfach so, genau. Bob. Wir fügen das jetzt hier mal ein. Und sagen dem hier ist aber 0. 0 Signal und 0 Signal ausgeben. Und hier ist 1 Signal und 1 Signal ausgeben. Achso, ich wollte schon sagen. Warum schaltet der denn hier nie aus? Weil zu viel E, äh, K ankommt. K15 bedeutet, das Zeug ist immer an. Das wurde nie mehr ausgeschaltet. So, das funktioniert. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Leitung, die das Ganze wieder nach hinten befördert. Das heißt, machen wir uns dann mal hier eine auf den Weg. Wir könnten jetzt auch eine rote legen. Eigentlich. Aber nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir nehmen die grüne hier mit eben extra Strommast. Und pfeifen die hier hinten hin. So, dann kommt das zweite Problem bei Eisen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Warum Eisen im Moment auch noch nicht funktioniert. Ja, hier. Mach da hin. Dann hier hin. Jetzt kommen hier die Züge. Das schmackt schon mal ganz gut. So, wunderbar. Jetzt müssen wir hier noch die Kabel verlegen. Habe ich jede Menge grüne Kabel? Natürlich nicht. Also bauen wir mal. Was ist denn das Problem hier drüben? Hier drüben ist das Problem. Einer kommt an. Geht hier hin. Und wenn der hier reinfährt, dann ändern sich die alle. Also, wenn bloß Einer da. Wenn Kinder da ist, dann ändern sich die auf einmal alle. Und wenn die sich auf einmal alle ändern, dann kann es vorkommen, dass kurzzeitig alle aus sind. Und alle Züge, die gerade zum Warten unterwegs waren, fahren dann wieder heim. Oder überspringen das Warten. Und das ist so. Deswegen müssen wir da auch noch was machen. Und das zeige ich dann auch gleich nochmal. Habe ich mir auch schon was überlegt. Im Moment sieht es gerade so aus, als würde es funktionieren, weil wir mindestens immer einen da haben. Dadurch ist immer mindestens ein Bahnhof an. Weil das ist das Entscheidende. Dass die immer einen Wartebahnhof haben, zu dem sie fahren können. Ansonsten funktioniert das Ganze hier nämlich nicht. Oh, Zug, Vorsicht. Ist ein bisschen doof, dass wir hier so wenig Platz haben, aber die fahren schnell genug. Dadurch geht es zum Glück. Ja, das geht. Dadurch, dass die wirklich bloß ganz kurz anhalten, können wir das glaube ich so machen. Aber wir sehen jetzt, das funktioniert. Die fahren jetzt keine Kreisel mehr, sondern die fahren dann tatsächlich gleich zum Ausladen. So wie wir das wollten. Wunderbar. Okay, was wollte ich jetzt hier? Wir kriegen jetzt hier die Signale. Die Signale müssen wir jetzt noch einrichten. Und zwar brauchen wir dafür natürlich wieder unsere Vergleicher. Das ist erstmal der Anfangsvergleicher, ganz klar. Der vergleicht das grüne Signal einfach so, wie man sich das vorstellt. Allerdings danach brauchen wir was Besonderes. Da kümmern wir uns dann gleich drum. Und zwar ist der Plan, dass man einfach, wenn der hier das Signal zum Ausschalten gibt, dass wir das Signal verzögern. Wenn der sagt, hier ausschalten, dann start mal eine kleine Uhr. Und erst wenn die Uhr mindestens eine Sekunde gelaufen ist, dann wird das Ausschaltsignal weitergegeben. Und vorher nicht. Und dadurch sollte das hoffentlich funktionieren. Habe ich so die Hoffnung. Gut. Okay, was hat man denn hier überhaupt für ein Signal? Das weiß ich natürlich nicht. Hier kann ich nicht gucken. Da ist nämlich kein Strom. Mist. Aber ich glaube, ich weiß, was ich da eingestellt hatte. Und zwar ist es jeweils kleiner als ich. Wenn irgendeiner kleiner als ich ist, äh, ich ist hier 0, dann gibt ein L1 aus, war das glaube ich. L1. So, das L1, ja, der gibt er jetzt nicht aus, ist keiner kleiner. Ja, genau, er ist nämlich nicht kleiner. Wunderbar, das funktioniert. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Irgendwas kleiner als 1, dann gebe ich ein L1 aus. Das funktioniert, ne? Der gibt ein L1 aus. Jetzt nicht. Und da haben wir das Problem schon. Ach, nee, doch, nee. Hier, der blinkt dann und, äh, da müssen wir was tun entgegen. Das ist nämlich so nicht richtig. Aber das machen wir gleich. Das Blinken hört dann nämlich auf, wenn wir den... Ja, wie machen wir das folgendermaßen? Wir haben hier einfach noch einen Vergleicher. Wie stelle ich denn die hin? Wir haben hier noch einen Vergleicher, ne? Der kriegt erst einmal als Eingangssignal kriegt er dieses L1 und der zählt hoch. Ja, L kommt rein. L ungleich 0. Ne, das geht nicht. Das müssen wir anders machen. Weil der braucht ja... Der muss ja zurückgesetzt werden. Und die Frage ist, wann setzt man den zurück? Sodass das trotzdem noch funktioniert. Die Idee ist jetzt hier, der zählt hoch. Ähm, der Parameter zum Zurücksetzen ist, sagen wir mal, W. W ungleich 0. Ja, W ungleich 0 ist jetzt hier der Zurücksetzparameter. Solange gibst du L1 aus äh, L-Eingangszähler und kriegst eine Rückkopplung. Dadurch zählst du das L dann hoch. Falls hier mal jemals ein L kommt, versuchen wir mal hier unten. An dem geht's besser. Ja, Vergleicher. Ob, ja. Du kriegst das Ausgangssignal. Und du sagst, wenn W ungleich 0 ist, dann gib ihm L1 aus. Äh, L-Eingangszähler aus. So, funktioniert jetzt nicht. Der zählt nämlich nicht, was ein bisschen doof ist. Weil der zählt nur, wenn die Bedingung hier erfüllt ist. Das heißt, ist gleich 0. Jetzt sollt er hochzählen. Sobald der hier mal ein L ausgibt. Was er nicht tut. Weil die jetzt hier oben stehen. Aber hier oben soll's jetzt passen. Der gibt kein L aus. Weil genau andersrum ist gleich 0. Ja, der zählt jetzt hier hoch. Das ist ein Traum. Jetzt müssen wir den noch ausschalten. Irgendwie brauchen wir noch einen Vergleicher. Der kommt hier unten hin. Up. Und der guckt einfach das Signal hier. Und wenn das Signal hier durch das Signal sei L ist gleich 0. Wenn L gleich 0 ist, dann gibt W1 aus. Und das setzt das Ganze dann zurück. Der zählt so lange hoch, wie das halt, äh, jetzt haben wir hier ein Problem. Weil das ja weil der noch näher ausgeschalten wird. Und dem sagt man jetzt hier einfach du wurscht aktiviert, deaktiviert bei L größer 60. Na, und dann haben wir das. Hoffentlich. Hier L größer als 60. Ne 50, sondern 60. Fertig. Ach ne, das ist aktivieren. Das heißt, äh, Mist, das ist jetzt genau andersrum, wie ich das will. Ähm, wie macht man das? Warte mal. Äh, kleiner 60. Dann deaktivieren. Jetzt ist er länger aus, als er an ist. Das ist genau andersrum. Das will ich natürlich nicht. Weil das L weil er schaltet den aus. Und das Ausschalten muss aber verzögert werden. Hm. Mist, das ist jetzt genau falschrum. Also immerhin benutzen sie jetzt die anderen. Das ist schon mal in Ordnung. Aber ansonsten passt das nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, warum? Warum? Aktivieren, deaktivieren, Bedingungen zur Aktivierung. Hm, ich muss mir das nochmal extra aufbauen. Moment. Hier haben wir einen Fehler drin. Da muss ich mir das hier mal kurz extra hinbauen. Was da falsch ist. Bop, bop, bop. So. Wir haben jetzt hier irgendeinen Bahnhof. Ist mir wurscht, wie der heißt. Wie der aussieht. Warum er da ist. Wir haben einen Strommast. Der ist jetzt erstmal bloß exemplarisch da. Dann haben wir einen konstanten Kombinator. Den brauchen wir für das Eingangssignal. Um das zu simulieren. Der gibt jetzt hier aus die 0 und die 1. Und mehr gibt er hier aus. Und die 0 sei größer als 2. Ja, okay. Dann haben wir natürlich hier unseren Vergleicher. Warte mal. Wir haben erstmal Kabel. Hier grünes Kabel geht auf den Strommast. Ist klar. Der Strommast trägt jetzt das Signal. Dann kommt der erste Vergleicher. Der erstmal sagt. Wird das eingeschaltet oder wird das nicht eingeschaltet. Und den müsste man wahrscheinlich schon umdrehen. Habe ich jetzt mal die Vermutung. Bauer erstmal ihn. Den drehen wir um. Im Moment haben wir ja. Irgendwas ist kleiner als ich. Dann. Irgendwas. Größer gleich. Ist das die Verneinung. Größer gleich ich. Wenn irgendwas größer gleich ist. Das gebe ich ein L1 ist. Aus. Das heißt ich gehe an. Das ist jetzt das Angehen. Warte mal. Jetzt wollen sie alle dort unten hin. Weil hier ja irgendwas falsch ist. L-Kleiner 60. Wurde nicht zurückgesetzt. Der gibt doch jetzt hier ein. Achso. Wegen der Rückkopplung hier. Das ist klar. Du musst natürlich hier ein rotes Kabel rüberschmeißen. Sonst wurde es zurückgekoppelt. Jetzt ist er wieder an. Also an ist er sofort. Jetzt. Weil. Ne. Ist ja richtig so. Ist doch richtig so. Wie es jetzt ist. Warte mal. Lassen wir das mal so. Das müsste ja jetzt so passen. Ne. Mach das mal wieder weg. Warte auf. Hier ist jetzt noch kein L. doch ganz kurz immer mal wieder. Aber das schaltet den nicht aus. Hier dasselbe. Ganz kurz L. Das schaltet ihn aber nicht aus. Genauso wie das sein soll. Warum da auch immer ganz kurz L ist. Das verstehe ich noch nicht ganz. Sehr losgeschickt. Wunderbar. Ich glaube bei dir. Er wird die anderen hier noch nicht stimmen. Aber das macht ja nichts. Ach stimmt. Weil hier die Abfrage hier noch nicht. Die Linie 2 wurde noch nicht richtig abgefragt. Deswegen passt das nicht. Moment. Das ist natürlich richtig. Hier. Parameter. Ist zwar richtig eingestellt. Aber hier sind noch keine Verbindungen dran. So. Jetzt. Wurde Linie 2 abgefragt. Und ist richtig. Sollte jetzt theoretisch aus sein. Aber da fehlt ja die Schaltung noch. Die das richtet. Jetzt ist er hier. Er sagt nix. Weil es sind ja mehr da. Als er braucht. Hier sind noch zwei drauf. Ich glaube das passt doch so. Wie ich das jetzt hier eingestellt habe. Das heißt. Das machen wir jetzt. Noch viermal. Und dann auf der anderen Seite auch. So. Hier brauchen wir noch einen Vergleich. Aber wir können gleich mal ein paar davon bauen. Und noch ein paar grüne Kabel. Und rote wären auch nicht schlecht. Ja. Das funktioniert doch. Glück gehabt. So. Wie machen wir das jetzt? Also auf hier. Da kein grünes Kabel. Wenn wir hier die grüne Rückkopplung bauen. Die grüne Rückkopplung. Dann kann von hier kein grünes Kabel kommen. Aber von hier. Und von hier. Da der ja das W ausgibt. Das ist dem ja wurscht. Hier das können wir einfach mal kopieren. Kommt hier hin. Ich kopiere das ganze Setup dann gleich. Weil das ändert sich ja nicht. Außer halt hier. Der Vergleicher wird geändert. Ansonsten passiert ja nichts. Du bist genau so. Genau. Du brauchst aber noch den hier. Als Ausgangszähler. Und du würdest jetzt hochzählen. Theoretisch. Bist aber geradeaus. Weil da immer noch ein Zug steht. Genau. Jetzt wirst du gleich angehen. Nö. Gehst du nicht. Weil. Weiß ich nicht warum. Ja. Ist auch egal. Ach ne. Du bist ja an. Wenn. Wenn KNL ausgegeben wird. Stimmt. Echt vergessen. Gut. So. Wir geben jetzt hier das rote Signal weiter. An den. Der ist genauso eingestellt. Wie der da oben. Ob. Und bub. Das lässt jetzt aus. Warum ist er aus? Ja. Weil das so passt. Wie es ist. Deswegen. Der muss dann zurückgesetzt werden. Irgendwann. Wenn hier KNL mehr kommt. So. Jo. Mach mal einfach mal so. Ich kopiere das jetzt hier oben. Äh. Kopieren heißt. Nicht löschen. By the way. Ja. Das hier. Das ganze Setup. So. Das brauchen wir jetzt hier. Und hier auch nochmal. Oh. Da hat er mir schon schön die Kabel gelegt. Das passt. Den hier hat er leider überschrieben. Das hier ist Signal 3. Und das hier ist natürlich dann Signal 2. Aber der Rest passt so. Der zählt jetzt hier hoch. Das ist ganz in Ordnung. Hier kriegt er noch ein Kabel. Und die Bahnhöfe muss ich natürlich auch noch kopieren. Bopp. Und bub. Der kriegt auch noch sein Kabel hier. So. Jetzt sollte das funktionieren. Wir gucken mal wie es aussieht. Das passt so. Weil wir wollen ja hier, dass der hier ins Meer hat. Als die anderen. Wenn möglich. Genau. Nächster kommt. Sagt. Okay. Passt so. Jetzt sind die aus. Genau. Der geht an. Weil der wegfährt. Das sieht gut aus. Genauso würde ich das nämlich gesehen haben. Jetzt teilt sich das hier alles richtig auf. Da blinkt es jetzt trotzdem noch. Das macht aber nichts. Wichtig ist, dass nie kurzzeitig alle aus sind. Weil das ist detrimental. Beziehungsweise dann fahren die Kreise. Oder dann funktioniert der Wartebahnhof halt nicht. Das ist im Moment sehr gut. Jetzt müssen wir das bloß noch. Für den da auch noch machen. Dafür brauchen wir natürlich noch ein paar Vergleicher. Und Kabels. Und wir müssen den. Die Einstellung für den. Für den Bahnhof kopieren. Der Bahnhof ist L unter 60. Müssen wir uns merken. Bei L unter 60 brauchen wir jetzt da hinten dann auch gleich. Ja super. Dann haben wir die Wartebahnhöfe schon repariert. Sodass die endlich so funktionieren wie sie sollen. Hier ist noch. Was falsch. Aber. Das ist die letzte Linie. Die wird ganz selten benutzt. Das passt schon. Können wir einfach mal so auf uns sitzen lassen. Okay. Wie bauen wir das jetzt hier? Also erst einmal kommen die hier weg. Das hat sich jetzt hier kurz mal erledigt. Wenn ich das Ganze ganz kurz woanders hin bauen muss. Das passt. Ich muss mal gucken. Ob ich dann irgendwo Strom dafür habe. So. Linie 1 ist ganz oben. Die anderen sind unten. Jetzt funktioniert das hier natürlich wieder nicht. Macht nichts. Wo ist mein Blueprint hier? Das Problem mit dem Blueprint ist, dass der Strom braucht. Hier hat er Strom. Oder? Ne hat er nicht. Das ist nämlich hier das Hauptproblem. Wo und wie baue ich den hin? Dass der Strom hat. Ja. Keine Ahnung. Aber wir können ja hier einfach nochmal so ein bisschen was setzen. Dann passt das nämlich hier gleich. Und dann haben wir genug Strom. Okay. Bauplan. Ja mach einfach hier. Also in Ordnung. Bau mal so hin. Den Verkabel mal gleich noch richtig. Und dann ist das ja schon hier. Wieso hast denn du da keinen Strom? Verrückt. Und du? Bist komplett falsch. Ist doch schön, wenn alles funktioniert, ne? Gleich auf Anheb. So wie ich mir das vorstelle. Jetzt aber komm. Jetzt sag ich mir, warum hast du keinen Strom, wenn hier ein Strommass stand? Hallo? Ob der sich nicht verbindet, ne? Sagt er sich? Nö. Mit dir? Kein Bock. Sorry. Okay. Wie brauchen wir jetzt hier die Verkabelung? Die müssen wir gerade mal uns noch angucken. Kabelung ist auf jeden Fall hier. Ein grünes Kabel kommt nach hier. Ist ganz klar. Das machen wir schon mal die Reihe nach runter. Ups. Das war doof. Macht aber, glaube ich, keinen Ärger. Was ist denn hier? Genau dasselbe Problem, oder was? Ja, der verbindet sich aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ist, äh, strange. Da ist ein Strommass direkt daneben und er will sich mit dem nicht verbinden. Who knows? Who knows? Gut. Das passt. Das passt so. Es ist gut. Jetzt müssen wir natürlich hier bloß noch einstellen, die Signale. Und öben da unten. Der hier macht null. Das ist richtig. Der macht eins. Zwei. Drei. Vier. Fünfe. Ja, das ist ganz spannend hier. Wie ich das jetzt hier mache mit sechsen. Und bei sechs ist schon ganz spannend. So. Das passt, glaube ich. Und nun? Die. Da. Das passt, glaube du.